Hier geht es um die seitlichen Schultern und die Kappenmuskeln. Ausgangspositionen wie bei der vorhergehenden Übung, jedoch den Dauerzug mit nach unten gestreckten Armen hinter dem Körper aufbauen. Dieses Kraftpaket ist dann abwechselnd nach links und rechts hochzuziehen, mit etwas Abstand zum Körper, jeweils bis zur waagerechten oberen Armhaltung. Bei jedem Hochziehen ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020